Ich hatte schon länger vor, zur Tiertafel zu gehen, weil natürlich wird es Ende des Monats knapp und natürlich dann auch für die Katzen. Ja, und uns ist halt wichtig, wenn mal wirklich Not ist, dass wir für die Katzen auf jeden Fall immer was da haben. Weil Tiere sind schon wichtiger. Schon, also da hungere ich auch mal zwei oder drei Tage, das mache ich für meine Katzen auf jeden Fall. Richtig. Schon so eine Liebe wie bei Kindern. Aber für sich selbst sind die beiden noch nicht bei der Tafel gewesen. Es ist für die Katzen, es ist nicht für mich. Bedürftig sind wir, warum sollten wir das Angebot nicht annehmen? Und so haben wir im Endeffekt auch mal ein bisschen Entlastung in der Hinsicht. Sieben Cent heute schon gefunden. Sieben Cent. Zehn Tage hintereinander 70 Cent. Heute läuft bei mir.